Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Ich kann ganz langsam... Na du? Moin. Lange nicht mehr gesehen, oder? Heute ist Putzfrauentag, internationaler Putzfrauentag, aber das darf ich ja nicht sagen, weil das diskriminierend ist. Ja, also bitte, ja, dann politisch korrekt, diese komische Erfindung der rechtsliberalen Sprachwissenschaft. Reinigungskräfte heißen die. Tag der Reinigungskräfte. Genau. Irgendwie sind wir technisch heute nicht gut drauf, ja, wir haben hier ständig Stillstände. Der Ton läuft, aber das Bild will nicht so recht halten. Wir sind ja überall auf dem Globus. Ja, egal. Ja, machen wir es halt kurz heute. Elon Musk hat 1000 Clown gegeben bei Trump, oder soll ich besser sagen, den Kasper? Der Musk war der volle Kasper, kann man anders nicht sagen. Ich meine, der findet sich selber ja auch lustig, ist ja in Ordnung. Also, ich fände so eine Mars-Mission mit den zwei ganz hervorragend. Am besten gebucht bei Never Come Back Company. Das ist doch egal, die brauchen 30 Jahre, bis die da sind. Naja, neun Monate tun es auch, aber die könnten ruhig 30 Jahre da bleiben. Er kann doch alle seine Teslas mitnehmen. Den Tesla können sie da oben fahren, wie die Drogen, ja. Hast du diese Politiker, diese Profis gestern Abend und heute Morgen wieder gesehen, vollkommen empathielos, über Menschenrechte für diese und für jede Menschengruppe reden, statt über die Menschenrechte für alle Menschen? War schon heftig, fand ich. Huch, jetzt ist der Ton aber wieder ganz weg, mein lieber Rudi. Kein Bild, kein Ton, ich komme schon. Mensch, ich komme schon. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben schlechtes Wetter hier. Ja, das ist schlimm, dass sich das auf unsere Produktion auswirkt, aber so weit sind wir in Deutschland. Das ist eine technikbefreite Zone in Europa. Der Markt richtet das. Müssen wir zweitäglich durch. Ja, da kann die gute Frau Bär, sollte die wieder Digitalministerin werden, ja, ihr Projekt, deutsche Digitalisierung, ja, fortführen. Aber eigentlich züchtet sie nur, beziehungsweise konserviert sie nur die weißen Flecken. Das stimmt. Naja, die erhoffen sich ja jetzt große Chancen. Hat sie, hat sie. Ja, also, Themen haben wir heute eigentlich, außer denen, die sowieso durch alle Gazetten gehasst werden, nicht, wir können uns da nur mit jedem anlegen, wenn wir da in das Zentrum der grundlegenden Geschichten gehen. Es ist einfach nur grausam. Das stimmt. Also im Moment ist es... Monday, Monday is so good to me. That's true. That's true. Ja, und die Diskussion um die Kosten in der Pflegeversicherung und im Gesundheitswesen sind ja auch wieder unbeirdisch, um es freundlich zu sagen. Statt, dass man darüber diskutiert, dass man da die betriebswirtschaftlichen Interessen ein wenig zurückdrängt, sollen wir Beitragszahler jetzt für die Privaten alles bezahlen, aber selber, wenn es geht, keine Leistungen in Anspruch nehmen, weder in der Krankenversicherung noch in der Pflegeversicherung. Am besten sollen nur noch die Privatversicherten gepflegt werden. Ja, ich frage mich sowieso, wer hat dort die Berung oder sind da mehr die Vertreter, die ein bisschen mehr Geld haben? Das heißt, die anderen, der Großteil der Bevölkerung, hat denen die Plätze subventioniert. Da hätte ich mal gerne... Nur in der Suchung. Ja, da schließe ich mich dir an. Sollten wir mal etwas intensiver dranbleiben. Solidarität... Denn diejenigen, wo in den Familien nicht das ausreichende Geld ist und wenn nur 50 Euro fehlen, das sind die, die Heimpflege machen und sich kaputt machen und in ihrem Job nicht mehr weiterkommen, weil sie dafür keine Zeit mehr haben und, 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 und. Also da ist ein Ungleichgewicht garantiert vorhanden. Ja, das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Da müssen wir auch politisch ein bisschen mehr rangehen. Sollten wir, wenn unsere Technik wieder einwandfrei läuft, deutlich bearbeiten. Ich glaube, wir checken beide für heute nochmal auch unsere Leitung. Schön, dass ihr uns heute wieder gecheckt habt da draußen. Nach so einer kurzen Pause geht man ja normalerweise mit frischem Elan ran. Aber ihr seht, nicht nur die, die uns schlecht kommentieren, sind unsere Feinde, sondern auch die Technik manchmal. Das ist einfach nur ein schlechter Montag. Das ist alles. Das kommt ja die. Also, macht's gut. Abonniert uns. Nicht vergessen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.